Ich würde das machen. Das. Eine Megaschwächung. Versuch gleich ein Hirn herzuschicken. Ah, der flieht. Besser ging es doch nicht. Nach Standardangriffe. Super. Und jetzt noch schnell auf den Baum. Ah, geil. Nicht wiederbelebt. Super. Könnte man eine Kiste verlassen mit dem Blatt? Nein, da geht es jetzt irgendwie weiter. Hierzu tut es verboten. Ich glaube nicht. Vielleicht ist es auch nur eine Anregung, dass es da irgendwie gefasst ist, wo ich dann verliere relativ schnell. Ist ja auch nur eine Warmutung von mir. Oh, ein Haus. Das ist schon mal gut. Das kommt hier vorne. Sollte man das benutzen? Jenseits. Ich tippe mal, dass die da ein Problem mit haben werden. Und ich tippe mal, dass sie auch stark sind. Ah, geht. Oh. Das heißt, die Jenseits-Sense wird auch nicht funktionieren. Das heißt, ich brauche jetzt noch einen Standardangriff machen. Ja. Ja, war es auch. Und wir hatten noch für 10.000 Gold gehabt. Wie viel haben wir jetzt mittlerweile wieder? 8,5. Das ist auf jeden Fall gut. Komm. Lass mich mal bitte runter. Danke sehr. Hä? Hm. Komisch. Okay. Ein Bücherregal, wo wir ein bisschen rumstippern können. Okay. Ah, das sind die Piraten oder die, die ich schon gefunden habe, glaube ich. Nichts. Nichts. Zauber, gell? Was magisches 1, was magisches 2. Okay. Ob wir irgendwas... Nein. Ob wir irgendwas finden hier? Wo es drauf hinschließt, wo er flächengegangen ist? Irgendwas oben, oh. Ja, schränke da wohl, geil. Talentsam. Ist nix. Hallo Mann. In der Burg gearbeitet. In einer Burg. Okay. Mach mal mal. Magie. Kurz auffrischen hier. Oh, ich drücke immer Kreis und das ist falsch. Kostet mir doch noch Mana. Ah, komm. Gib her. Okay. Oh, ja. Sauber. Fünf Stück. Das hat mir gefehlt, sowas. Oh, ein Fesken. Ein Fesken. Okay. Fesken, wir werden weitergehen. Ach, ich kann mal eben das hier transformieren. So, ist mir lieber. Ach, zurück. So. Ach, ich will das Glückchen haben. Ich sollte es mal vielleicht transferieren. Gegengegengeften. Gegengeift spezialnein. Stark wiek. Ja, nee. Fostiger. Okay, sie machen es mal so. Wir wollen nämlich nur hier oben gucken und benutzen. Na ja. Da benutzen. Klingelingeling. Gleich wegrufen. Hm, gehen wir mal hier weiter. Ach. Ich glaube, ich mache einfach so. Zwei Bäume sollte ich hinbekommen. Ah, kein Problem. Ah, was doch. Gar kein Problem. Ähm, aber oben auf der Burg ist es dann. Oh, ich sape ja mal ein bisschen leise. Oh, ich sape ja mal ein bisschen leise. Oh, ich sape ja mal ein bisschen leise. Und du such, es ist einfach zu sehen, warum deine Das ist ein Wälder und ein Wälder. Aber es ist ein Wälder. Und wie du siehst, muss ich mich verletzen. Und siehst du, ist es ein Wälder, nicht ein Wälder. Ich bin ein Wälder. Ich habe mich mit mir verletzend. Ich bin ein Wälder. 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 Was bist du schlappierst? Ich bin sicher, wenn es nicht. Aber ich habe gehört, dass es in den Wälder. Die Wälder sind die Wälder, die Wälder sind bekannt. Ich bin ein Wälder. Aber ich bin ein Wälder. Ich bin ein Wälder und dass ich auf sich. Ich bin ein Wälder. Ich bin ein Wälder. Da ist was passiert. Unglaublich geil. Vater, nein. Ich habe mich ... Da ist etwas passiert. Oh, wie lange hält's an? Ah. Hatte mich schon gewundert Ich hatte mich schon gewundert, dass es nicht zu lange anhält Ah gut Vammer auch gerne.